Ja, hab ich's hier schon erwähnt, dass ich wieder Spätschicht habe auf der Arbeit. Das ist schön. Äh, ja. Richtig Trainingsschweiß hier drin. Hier riechst du alles. Seid mir mal bitte ehrlich. Ja, das ist willkommen in meiner Bude. Geil, oder? Ich raste aus, ich weiß. Mir gefällt's dir. Meine Füße sind so muskulös, da traut sich kein Staubkorn dran. Ich kann deinen Boden also gar nicht verschmutzen, Wollo. Ja, darauf kommt's doch nicht mehr an, du. Es kommt einfach nicht mehr drauf an. Es kommt doch nicht mehr drauf an. Guck dir das Elend doch an. Okay, das ist natürlich, das ist jetzt hier der absolute Brecher. Ja, das sieht aber auch, das sieht aber auch gut aus, ne? Das sieht aber auch gut aus. Das ist ja zum Durchdrehen schön. Das ist ja, da bist du ja, bist ja verrückt bei. Ja. Boah, hast du eine neue Frisur, Wollo? Wolltest du mich etwa damit überraschen? Du warst ziemlich lange nicht mehr in Voto. Entspann dich erstmal, hä? Wollo? Ich würde mich wirklich freuen, wenn du einfach ab und zu mal Hallo sagst. Das sind alles so komische Menschen hier, ne? Da sind solche, hallo? Da ist ein ganz komischer. Der hat gar nicht gegrüßt. Solche sind das? Weiß ich nicht. Ey, ganz, 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 ne? Das geht ja gar nicht. Ja, aber das ist ja jetzt hier auch noch die Anfänger-Mission. Das wird bestimmt noch richtig bockig schwer. Ja, krasse Scheiße. Also, da haben sie natürlich mit den Minispielen, da haben sie jetzt nicht, nicht gegeizt, ne? An Spaß und Spannung. Wahnsinn. Komm, Günther, jetzt komm her. Guck doch mal in die Kamera. Lächeln! Günther, das Thumbnail. Das Thumbnail soll schön sein. Ein schönes Thumbnail mit Günther. Guck in die Kamera. Ja, hierhin. Guck mich an. Ja, genau. Guck mich doch mal. An Deck und in der See hier unterm Kiel. Ja, ja, nee, nee. Ich lass das lieber. Die Pfötchen-Tapete. Ich hab da gerade was ganz anderes rausgelesen. Ich möchte es gar nicht aussprechen. Das ist so böse, was ich da rausgelesen. Naja. Und, äh, ja. Mein Typ sieht fett aus, wurde mir gesagt. Das ist ja eine Schweinerei. Sowas kannst du nicht erzählen. Verdammt. Ich kann auch Blumen pflücken. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ich raste aus. Geil. Da kriegst du einen Nervenzusammenbruch, ne? Nee, 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 nee. Das will ich nicht. Das will ich alles nicht. Nein, das will ich nicht. Das nervt mich nur. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Darf ich mich da hinsetzen? Nein. Es tut mir leid. Aber es ist ja wirklich... Es ist ja, wie es ist, ne? Ich freu mich auf die kommende Zeit, Wollo. Ich mich nicht. Schon wieder. Drop die Frameway. Was war die Scheiße? Wieso funktioniert das nicht einfach mal? Ja, so schöner Sonnenschein und so. Bäh. Sehr widerlich.